Darf geschießen. Nehmen wir das halt auf. Die sterben hin und her ist eben. Die Feuerprobe haben echt schon ewig nicht mehr gespielt. Erst die Karo schreibt man. Sag nein. Würde sich sogar treffen. Hm. Was ist das, oder was? Hm? Saufen, geh sicher. Die Karo schaust. Die Karo schaust offen. Daheim. Let's fade. Oh Gott, nein, die Kabale, oder? Jawohl. Nein, ich werde nicht besessen. Besessenen. Oh, Alter, besessen, ey. Das Klima-Rest. Wenn das so weitergeht, habe ich heute Abend besessenen Mist in meinem Tee. Wie konnten sie sich so gut koordinieren? Ach so, das ist, okay. Mach vielleicht doch was gefasst. Ja, ich kenne den Strike, leider. Nein. Doch. 1020er da. Hey Team, wir haben besessenen Vögelchen. Die treibt ganz schön einen Unfug mit dem Wasser und dem Boden. Die waren nicht mehr so aggressiv, seitdem das Grappler-System bedroht hat. Seit Oryx. Ja. Mach dich auf alles gefasst. Ah, okay. Mein Fehler. Da ist ein Champion, Alter. Was ist? Ich bin gleich wieder da. Da haben wir uns los eingefangen, Alter. Ja. Der Retter ist uns komplett in die Scheiße rein. Sagt, ich bin gleich wieder da. Nein, diese... ...facke Sau. Ja, frisch die Granaten. Tuch dein Schild durch. Arschloch. Ja, genau. Versteck dich da drinnen, doch du. Keine Trickser. Aber der Kassel entscheidet. Gehst ein oder gehst raus jetzt. Durch die Zerstörung der Fäule wurde auch das besessenen Miasma erledigt. Das Gebiet ist sauber. Finisher. Sehr nice. Scharfschütze. Sehr nice. Los. Zu links, ah, zu links, zu der linken Seite. Der, 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 der. Nein, bravo. Mitte vor uns. Ich schaffe die Teleportierer. Ja, ja, ja. Mit geburtem Schweine da. Das sind hausse ich die Besessenen so. Die bestellen mich nur aus diesem Dreck. Die gehen hier noch. Aber die mit dem Schild gehen wir nicht so hoch. Jetzt heißt das sowieso... Scharfschütze über den Schild. Ich mach den Boss. Scharfschütze weg. Vergiss es, diese Typen sind so unnötig. Die Schilder sind für mich das, was ich überhaupt nicht mag. Ja, weil du nicht durchkommst. Kannst du maximal auf die Füße schießen, aber das war's auch schon wieder. Weil der Boss wieder mächtigst schwer, oder? Nein, der Boss auch kein Schild. Immerhin. Ja, aber das ist der Urschwein, was ich jetzt? Na, endlich. Lekker Pimp, mit spüßen Tim Tam. Ja, ich habe nur noch ein bisschen an der Frau Karin da immer an uns. Ja, ich habe jetzt. Hä? Aha. Da ist Anela. Ja, da ist Anela. Schau dir das, man. ja es ist nur nervig größer für meinen armen schießen bitte danke nein den dicken ja ja ich hab's gesehen danke so jetzt kommt der geschieße mit wo alle durcheinander teleportieren dies wichser da kannst du keinen kleinen gedanken fassen du machst das einmal so einen habe ich mitgenommen ich bin auch tot der beleben fliegbar in vier und ich komme von alleine in vier ach danke so jetzt habe ich den da drinnen erwischt der drinnen ist tot erst wer schießt mich da schon wieder ab ach so ich bin in dem dinge drinnen du brauchst nicht immer daran denken eine so eine scheiß barbe zu werfen na moment schweizdruck oder der der sumpf da der sumpf ist gemein ja da gehst du nur zwei sekunden ein und bis hin also da darfst du nicht einmal daneben hingehen ja wenn ich wenn ich durm nicht kitzeln dahinter ja ich hab's gerade gemerkt bin in 2 1 wieder da so jetzt 1 wie ist es kack schild wo bin ich den finischen finischen ja geil danke was denn habe ich denn nein 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 du hast den geknacht ach so kack quälst du den aber der nächste finische kann mir in der nähe gibt es immer noch ja ja passt ja verteilt über das ganze wasserwerk nicht 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 was heißt da nicht 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 hast du ihn gesehen jetzt den ding das ist der perfekte hast du nicht den season pass ja dann wenn du den season pass kauft hast hast du auch den türen sammlerkrieg behandeln dort weil wenn der wenn der besessen ist wenn ich ja dann dann wenn er explodiert dann macht auch so ein dürredings am boden dann stehren die anderen auch nicht ich gehe scheiße mit rein so jetzt ist er tot Gott sei Dank die will direkt kack und mit denen spiele ich so gern ich kann er zure ich kann ihn nicht nicht verschenkt aber er ist zudem zu Entschuldigung. Nice. Nice. Was denn? Die Rakete? Ja. Ja, es passt eh. Jetzt wird's lustig. Mein Champion ist aufgetaucht. Was? Vier? Vier Stück? Vier Stück? Na, ich bin... Macht schon, haut drauf. Warte, warte, warte. So, ich bin... Ja, jetzt ist er eh im Morsch. Da haben wir ihn zweimal getroffen. Komm rein. Lass ihn rein, lass ihn rein, den Mixer. Lass ihn rein, jetzt ist er hin. Sehr gut. Na, Mama. Der Erste. Dann wollen wir noch ein Bohr. Na, ist wurscht. Wir sind jetzt eh gleich hinten. Warte. Wir sind eh beide hinten. Tschüss. Der Tyrosammer ist mörderisch. Der Tyrosammer ist das geilste Gefährd in dem Spiel. Hexe. Macht schon, Schild weg. Nein, Schild nicht weg. Ah, fick it. Bin gestorben, bevor ich das Schild weggeschossen hab. Dankeschön. Ich hab das Schild dann mit meinem Schwert gemacht. Super, passt, danke. Oh, du bist da vorne alleine gerade, gell? Achso, da bist. Wissen. Nein, die Wisch ist weg. Wissen. Achso, da ist einer. Oder? Die Wisch ist weg. Nein, die ist nicht so. Der hat sich wegteleportiert. Achtung, Achtung. Boah, ähm, Muni. Ja. Nein! Ihr Wichser! Ihr Wichser! Ihr Wichser! Oh, oh, oh. Tüchi, ähm, versteck dich. Okay. Da ist ein Loch in der Wand. Ja, genau, darum hab ich gesagt, Vorsicht. Na, ich war dann noch nie oben. Ich hab nicht gesagt, Arsch, Tüchi, sondern Vorsicht. Der hat das beides gesagt. Im Endeffekt hast du mich gemeint. Und, 1-0. Bin da. Ja. Äh, ja, ich auch. Danke, Vichy. Für nix. Ach. Pass auf, ist am lieben bleiben. Nein. Ich bin wieder tot. Ja, der ist, da muss, bei dem musst du aufpassen. Lass mal ihn über, oder kümmer drauf. Was? Aha. Nix. Ihr Kacken da unten. Ah. Nein, ich wollt grad die Barriere aufbauen. Verflucht, du eins. Nein. Ich steh da voll weg, Fett. Pass auf. Neben dir, gell. Stücke vor. Genau. Danke. Obachtbarriere. Na, keine Barriere. Ich brauch... Wir scheiben jetzt. Nix. Alles okay. Wow, wow. What the heck, Bro? Ich bin nur verrecken. Mach's ja. Mach's ja. Mach's ja nix. Ja. Es wundert mich, du's mich nicht mit 44. Belastbarkeit, Kollege. Oder nicht einmal. Wofür hast du ihn? Ah, das können wir jetzt sagen. Ja, genau. Ich weiß nicht einmal, wie man mein Dings macht, weil ich machen kann. Du Belastbarkeit. Komm runter von da, Bene. Komm runter von da. Ja, 44. Hast recht. Okay. Ah, ich brauch... Schwere... Ah, nicht schwere. Mal im Sinne. Wow, das sind scharfe. Ja, der grüne. Dann wär der schon längst weg, da der... So, Alter. Weißt, das ist scheißegal. Ich renne links, renne rechts, renne links und rechts. Der trägt über jeden verfickten Schuss. Das ist ja ein Wahnsinn, Alter. Ja, das... Hast du ihn nun brauchen? Jawohl, bravo. Ich glaub, ich glaub, dass... Jaja, du hast ihn erwischt mit der Nova. Gott sei Dank, Alter. Achtung. 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 Bin vorbei. Links von uns. Unaufhalts sind wir. Unaufhaltsamkeit kannst ich jetzt... Ja, aber... Ich bin nicht. Scheiße. Ich komm da nicht zu Ende mehr. Was ist los, Buddy? Ja, was ist los? Mach mal ne Ulti und rutsch voll an der Kante. Beim Ulti. Alles für den Router. Ja. Was ist los? Wer hat Fußweh? Das gibt's ja nicht. Mami hat... Die Mami hat... Die Mami hat Fußweh. Oh je. Haben wir ihn umgebracht? Nein. Ja. Natürlich hat grad mit dem Dings in den Granaten... In den Raketen... Ah, im Granatenwerfer. Ich bin grad durch meine Ulti runtergerutscht. Ja, das hab ich gesehen. Aber... Wahrscheinlich, jetzt ist er tot. Danke. So. Gehen wir. So. So. Warte mal. Jetzt kommt bei der Boss... Der schwere... Nein. Scheiße. Nein. Jetzt schauen, dass ich... Munition aufsammeln kann. Aber... Natürlich ist, wenn er keine schwere Munition hat... Ist er... Ist er... Nichts. Nein. Ich hab noch andere Wappen... Achso, was will gut. Na kommst du eh, kommst du eh, Kollege. Du wirst... Mit einem... Unentschieden... Kollege. Nein. Du wirst... Blasen... Äh, wird eh bis zum Tode... Ja, natürlich. Wer stirbt sonst? Ja, passt schon. Habt ihr eh schon, Kollege. Ohhhh... Bist er tot? Ohhhh... Dankeschön. Ohhhh... Well done. Wunderschön. Ja. Alter, komm. So, jetzt ist sogar die Wand gegen mich. Jetzt muss mir echt Gedanken machen. Ohhhh... Sind wir tot? Hat einem die Fäule umgebracht? Ohhhh... Es tut mir aber leid. Der gefällt dir. Ja, Alter, das ist die beste Waffe in dem Spiel. Wirklich. Ich liebe diese Waffe. Diese Waffe ist... So grenzgenial. Falsch. Uh, jetzt bin ich tot. Hm? Verbrannt. Verbrannt. Pass auf dich, Hitler. Achso, okay. Pass auf. Sagen die Chinesen immer. Ähm... Chiwang. Juhi! Juhi! Nein, die Kamikaze fliegen. Wie haben sie immer geschrien? Hui! Avakiri! Ich wurde gerade gerettet. Oh Gott. Ich bin froh, dass es geschossen ist. Ja, wirklich. Warte, ich habe keine schwere Muni. Aber dafür habe ich... Ach, bevor es dann zum Einsgegner wird. Ja. Bis alle die Suppe aufgeladen haben. Achso, ich meine Suppe ist hier aufgeladen. Meine braucht nur 5% ungefähr. Ich habe drei Viertel. Ja, passt schon. Ich habe drei Viertel. Nicht einmal, drei Viertel. Hast du denn etwas? Ja, komm, hör auf mich wegzuschießen. Komm schon, warte. Aber ich habe keine Schwere. Ich habe ein bisschen Schwere. Ich habe das Schwert ausgerüstet. Ja. Also die Magenknurren finden die am genialen... Also... Jaja, die Magenknurren ist das beste Automatikgewehr in dem Spiel. Ich hoffe, die nerven das nicht. Achtung, Barrikade, Havara. Ja, natürlich. Ich brauche hier eine Barrikade. Ja, ja. Jaaa. So, mal kurz raus da. Ich sehe aus der Lichter-Bubble. Ich habe ein Heimel zuerst. Ja, das rift am Boden. Ah, okay. Das rift am Boden. Das rift am Boden. Das rift am Boden. Ja. Ja, ich wollte eigentlich gerade die Barriere aufbauen. Aber ich bin eh in zwei Sekunden dran. Ich bin da. Wieder gefallen. Sorry. Passt schon, passt schon. Ich werde dich holen. Ich stehe am Eck da. In zwei, eins. Getraged. Ja, aber erst werde ich diesen Bot f***en. Nein, gar nichts. Aber ich will. Ja. Er hat sich geheilt. Hat er sich geheilt gerade? Von los. I will really f*** him up now. Asshole. Sie haben keine Wachen? Da ist doch bestimmt fast faul. Oh, du hast zählt. Man muss bei Hitem aufpassen. Well done. Jetzt ist er tot. Gut gemacht. Ah. Der Türessammler. Der ist mörderisch. Danke. So, ich hab noch ein bisschen. So. Meine Suppe ist voll. Meine nicht. Meine Suppe ist voll. Meine Suppe ist voll. Freunde, was ist das jetzt? Geht. Bringen wir mal von da alle um. Natürlich, ist schon unten. Okay. Meine ist voll. Keine Granaten verschwenden. Weil? Alles auf dem Boss. Du Hundesohn, Alter. Schießt ihn an. Das gibt's ja nicht. Passt schon. Passt schon. Ist eh schon hin. Er tickt jedes Mal für 4.000er. Jetzt hab ich 9.000er. Und gleich ist er tot. Ja, tot ist er. Weg. Das war ja gar nicht so schwer. Was ist das? Was ist das? Ja. Nein, nur der Big Team war schwer. Das erklärt, wie organisiert sie waren. Hätte nicht gedacht, dass sie ohne Oryx von irgendwas Besitzer greifen können. Ikora und ich werden uns das genauer anschauen. Auf jeden Fall löst sich die Verschmutzung in der Region auf. Freude, Trauma, Kredite, Grafen. Ich gebe es ungern zu, aber wir haben ein gemeinsames Ziel, wenn es darum geht, diesen Ort zu schützen. Das ist auch ihre Heimat. Nix. 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 Und da was Schönes. War wohl nix. Na, zumal. Du, Belebungen. He. Der hat's auf die Kielse, der hat's auf die Sphären. Ja, der Diche. Naja. Das war der Granat. Ja, der Diche. Ja, der Diche. Na ja. Das war der Granat. Ja, der Diche. 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 Ja, der Diche.